das ist interessant ja ich nehme die drei ok so ok ok ich muss drei richtige ruhen ok die beiden und die waren ok wir haben ein wissen bekommen und es entschlüsselt und ich kann wahrscheinlich erst weiter entschlüssen wenn wir diese ruhen da haben das ist ja witzig an ihm entschlüsselt judge in the book by the cover dafür muss ich auch wieder neue ruhen das ist ja cool das gefällt mir jetzt laufende forschung endet nach dreimal rasten bist du jetzt eigentlich ein gelehrter der lehrling bist du sogar schon willenskraft plus drei das ist ja cool ok gelehrter rockt voll ok erstmal hier das will ich wenn denn für wann anders besorgen ja ok ruhen wir uns aus zahlen wir den und schön rasten es ist super wirklich das kostet jetzt noch zwei ich gehe auf jeden fall jetzt immer nur auf gefährten ich habe das gemerkt ich bitte euch heilige jero bitte ich kann da nicht mehr reingehen ich kann einfach nicht all diese zappelnde ratten die pest der gestank was für ein albtraum verzweifelt willenskraft mit zwei verringert nein beziehung zum trupp nagaphobie der eine wird den trupp verlassen wenn er rattenes kämpft ok wer ist oder du bist ja dann oh gott die beziehung will ich nicht hier verzweifel das ist natürlich dauerhaft die fünf erhöhung nicht aber die zwei minus ja was soll ich dazu sagen ne was soll ich dazu sagen ich habe nicht genug essen angreif dann nehme ich da auch erstmal nichts mehr an außer das eine dass ich in ein anderes dorf muss oder so ok wir haben die fünf ich bin sowieso angespornt anscheinend ok ich will die schwertkämpfer vorne haben das heißt für mich das heißt für mich eigentlich voll dampf voraus erstmal kicken das reicht so natürlich nicht mehr ach ich hätte erst das andere dann hätte ich zwei leuten mehr geschwört ok die vier ihr seid bei euch ist vorbei ok jetzt sind wir angespornt wenn ich glück habe stirbt er dabei perfekt auf den schaden genau sogar ok zack ok du blockst ein bisschen und dich können dich töten dann töten wir dich ok ok 7,5 und dreifacher angriff zack 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 ja ok ok das kann ich nicht schade wäre cool gewesen wenn das geklappt hätte Komm, Pferd. Bring ihn um. Super. Oh. Ein gutes Schild. Kann ich ja für das erste den hier geben. Ach wohl. Ja doch. Schutzfertigkeit. Ah, dann behalte ich das erstmal. Zack. Hier oben ist jetzt der andere irgendwo. Die Tönung ist halt irgendwo, ne? Ah, da wahrscheinlich. Oh, und hier haben wir wieder einer der Wölfe. Davon habe ich welche gebraucht. Also, her damit. Hier, Hinterhalt. Das sind eh anscheinend immer nur drei Stück. Stellen für uns überhaupt keine Beton da. Wirklich überhaupt nicht. Zack. Los treten. Wenden. Einer tot. Den anderen treten wir. Hä, die sind einfach super. Wirklich. Oh, du hast es sogar auf Stufe 4 jetzt geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Mehr Angriff. Mehr Angriff ist die beste Verteidigung. Warum sie sich entgegenstellen? Wir tun nur das, was die Wachen nicht zu tun wagt. Gerichtsverhandlungen, Gefängnis, alles sinnlos. Seht euch nur an, was aus dieser Provinz geworden ist. Seht ehrlich, die Leute können hier nicht in Frieden leben. Es ist höchste Zeit, dass uns jemand von den Banditen, den Räubern, den Dieben befreit durch ihre Ausrottung. Diese Parasiten haben nichts anderes verdient. Ja, sorry, aber ihr bringt Geld. Nichts gegen euch, aber ich bin Söltner. Für die richtige Bezahlung mache ich alles. Okay, fast alles. So ein bisschen Moral haben wir schon. Aber nur ein bisschen. Nicht viel. Nur ein bisschen. Okay. Doppelter Treffer. Und dich töten wir. Ich habe den Spitzen am Leutnant Arkham der Bollwerk eingebracht. Er hat einen Fähigkeitspunkt. Oh, und... Okay, die bekommen so auch einen Titel. Nice. Wirklich, nice. Sehr gut. Zack. Erledigt. Okay, du bist als nächstes dran. Ey, du machst 50% mehr Schaden, wenn er noch Rüstung hat. Deswegen greifst du den Oberer an. Die anderen können den auch noch angreifen. Zack. Definitiv tot. Keine Chance, dass der hier überlebt. Oder sowas von überhaupt keine Chance war das mehr. Zack. Zack. Gnadenlos alle besiegt. Okay, Zweihand-Axt. Jetzt wird es interessant. Entfesselt, Schaden um 5% erhöht und kann nicht in den Kampf verwickelt werden. Das ist so eine schlechte Fähigkeit. Okay, ein Schaden mehr und ein Schaden mehr. Das mit dem Nicht-im-Kampf-Verwickel. Das ist so eine mies schlechte Fähigkeit. Okay, Geister-Plattenrüstung. Geister, 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 Geister. Okay. Mein Pony ist bald Stufe 5. Geister, Geister, Geister-Buckler. Es wäre nicht schlecht mit einem Pony. Dann lebt es eine Weile mehr. Aber so dringend ist das jetzt nicht. Okay, was hast du? Nein. Okay, nichts Tolles. Runen. Kochen. Ja, Kochen ist noch nicht so wichtig. Okay, das mit dem Grill und so. Aber später erst. Das ist ein... Ja, das ist halt... Die Sachen wären ein bisschen interessanter. Ich bekomme bei jeder Rast 10% Wissen. Und einen Tag weniger. Ja. Zelt... Werkstatt. Naja, doch. Nein, Schmied ist leider am besten. Ich meine, was heißt leider? Deswegen... Zack, zack. Gegen Schmied kann ich nichts sagen. Der Schmied ist einfach... Das Beste, was passieren kann. Okay, wir erkunden hier den Rest. Ich habe jetzt auch genug Essen für noch einer Rast. Okay, ich kann hier untersuchen. Oha. Da gibt es einen schönen Boni. Wie gesagt, ich kann den ganzen Rest hier noch erkunden. Vielleicht finde ich hier echt noch was cooles. Oder natürlich auch nicht. Okay, was ist denn hier im Wald? Finden wir hier was Schönes? Sieht nicht so aus. Bin ich anscheinend umsonst gelaufen. Okay, na, Rast. Kopfgeld absichern. Entzug, Klypidie. Wie, ganz ehrlich? Das haue ich jetzt alles da rein. Rasten. Was? Rage und Alpaca hassen sich. Wieso hassen die sich? Hass. Warum? Vermeidet Interaktionen zwischen Gefährten, die sich hassen, dass sich diese nachteilig auf der Truppe auswirken können. Alphas. Okay. Dann gehst du halt da hin. Dann gehst du halt da hin. So ganz nebenbei, ja. Du bist doch ein Leutnant. Du kannst doch dann quasi hier hin. Ja. Trägst du jetzt die Fakke? Oh. Respekt vor Feinden. Bekommen mehr Beute. Oh, ich werde weniger ermüdet. Cool. Okay. Hat doch was. Die Frage. Gehe ich nach der, nach Gossenburg? Nach dem anderen? Silkes Reißzähl. Okay. Zack. Gefangenen übergeben. Der perfekte Gatte. Waldbauernhof. Gibt's hier irgendwas, was ich noch klauen kann? Irgendwo war doch noch was. Ach ja, das war der mit der Pest, ne? Aber ich war gar nicht da. Uh, hier ist noch was. Ein paar Wölfe zum Angreifen. Geisterwölfe. Sehr gut. Wir alle wissen, welche zwei ich hier dafür nehme. Zack. So kann ich gar nicht. Oh, ich denke, diesmal kann ich es gar nicht machen. Ärgerlich. Okay, zu bänden. Diesmal kann ich die nicht töten. Nicht, zumindest nicht mit zwei nur. Okay, du hast auch ordentlich Damage mit der Attacke. Deswegen würde ich dir echt gerne diese zwei Handwaffe geben. Dann bist du ein richtig harter Damage-Dealer. Wenn nicht sogar der Beste, den ich hab. Nach dem sind auf jeden Fall die Chancen, dass du es bist, sehr hoch. Ich kann hier in das Schnee-Ding. Und hier finden wir dann auch noch ein paar Sachen. Oh. Okay. Zack. Also hat uns interessiert, um den nördlichen Wald von der Rattenplage zu befreien. Allerdings suchen wir auch noch einen infizierten Mann, der Stromkopf ausgestoßen hat. Pestleder. Pestleder. Ich könnte... Oh, ich hab Pestleder. Ist das Rezept? Klebeöl. Er hätte meinen Schaden das nächste Angriff um 70 verringert. Ganz ehrlich. Jetzt klau ich euch. Ich hätte gerne auch zwei von dieser Pestheilung. Pestheilmittel. Fünf Pestleder gegen eins tauschen? Ne. Das ist so ein schlechter Deal. Das werde ich niemals machen. Niemals. Okay, hier oben gibt es vielleicht noch ein Rattennest. Okay, es sind doch schon zumindest ein paar Räuber. Okay, besiegen wir. Machen wir noch ein paar Errungenschaften. Okay, wenn Nebel ist, könnten sich Gegner irgendwo verstecken. Drei, sechs, sieben. Okay, nein, hier sind sieben Stück. Das sollte es tun. Ja, doch. Ich kenne euch beide an. Das ist für mich viel praktischer. Zack. Ja, ich bin umzingelt. Oh, du machst Feuerschaden. Interessant. Interessant. Okay, nein, nein. Sie gehen bitte so. Dann fügst du mir keinen Schaden mehr zu. Das heißt, mit der zweiten Fähigkeit ein bisschen doof, aber... Der hat ja schon angegriffen, also... ... ...